Ciao, ich bin's nochmals! Weisst du wieso? Vergiss das mit Zürich! Fertig! Du kommst jetzt direkt ins Tessin. Und weisst du, was ist das Beste? Es gibt Tickets bereits ab 39,90 Euro. Weisst du, ich habe schon alles geplant. Wir gehen zuerst nach Locarno, wir machen eine schöne Shoppingtour und ein Apero. Und natürlich die feinen Köstlichkeiten vom Tessin.